ja hallo freunde willkommen zur hundertsten sondelfolge heute eine jubiläums folge ich habe extra alles noch mal frisch aufgeladen habe auch noch die hf spule im rucksack jetzt laufe ich erstmal mit der x35 mit der neuen spule von xp und bin hier auf einem frisch gegrubberten feld heute kann ich also ordentlich fläche machen und hoffe natürlich dass viele schöne funde und münzen bei rum kommen es ist so ein bisschen windig heute von daher muss man schauen wie ich filmen kann aber ich wünsche euch viel spaß mit dieser jubiläums folge und bin gespannt lasst mir auf jeden fall einen daumen nach oben da ich bin mal gespannt wie viele daumen nach oben wir zusammen kriegen würde ich mich gerade bei dieser jubiläums folge sehr darüber freuen und schreibt mir natürlich auch fleißig was in die kommentare alles klar los geht und viel spaß ja schaut mal das erste fundstück ist hier ein ganz interessantes bronze fragment hier scheint scheint mir mal ein loch drin gewesen zu sein beziehungsweise eine niete die auf der seite auch noch so ein bisschen bisschen erhalten ist sieht auf jeden fall schon älter aus ich könnte jetzt aber allerdings auch nicht sagen was es ist ja da muss ich mal meinen archäologen fragen ob er vielleicht eine idee hat hier ist es definitiv abgebrochen hier unten ja ist eine gute frage aber interessantes fundstück ja zweiter anständiger fund ist ein fragment von einem arsen bronze knopf schau mal ich glaube die erste münze hier was haben wir hier ist auch wieder sehr interessant ich will da nicht so rüber wischen und sonnenbrille mal kurz abnehmen hier glaube es ist ein pfennig schon relativ alt relativ dünn die münze schon aber scheint noch ganz gut tiefe zu haben da bin ich mal gespannt nach der reinigung werde ich mal vorsichtig machen und dann gucken wir mal was es ist aber ich glaube es hier steht ein fan also ein pfennig schön erste münze für heute klasse so hier haben wir noch mal ein ganz schönes signal das scheint ein kleiner knopf zu sein ja der zweite knopf der erste komplette für heute auch ein interessanter fund hier mitten auf dem acker hier scheint irgendwer golf gespielt zu haben das ist ja echt der wahnsinn mein erster golfball das nächste schöne 80er signal guck mal gucken wir mal ich glaube auch interessant fast ein bisschen wie ein abschlag aus ein stück blei schaut mal hier in dem loch die nächste münze vielleicht ja ein pfennig 1840 noch schöner halten toll zweite münze für heute nächster fund ist hier wieder ein schöner arsenbronze knopf böse fehlt also nur die platte ja aber schön der nächste runde fund und was haben wir hier ach ein schrotpatronen boden klasse das nächste mitte 50er signal scheint wieder rund zu sein ja es ist eine münze gewesen sehr verkrustet ja es ist auf jeden fall eine münze aber da kann man jetzt so gar nichts mehr drauf erkennen da ist auch eine dicke kruste drauf ja mal gucken nach der reinigung ob man da noch was drauf erkennt spitze nächste münze na jetzt scheint es hier schlag auf schlag zu gehen die nächste münze meine ich ganz klein sehr interessant auf jeden fall wüsste ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht was das ist gucken wir zu hause mal wenn man da noch was sieht noch ein knopf habe jetzt schon einige in der zwischenzeit gefunden habe ich euch nicht alle gezeigt seht ihr nachher in der zusammenfassung da liegt die nächste münze da liegt die nächste münze ja eine fennec scheidemünze mensch klasse was heute an münzen kommt hier wahnsinn datum kann ich noch nicht erkennen schaut mal wahnsinn was für schön ein schöner knopf ich habe gerade schon genauso ein bloß als fragment gefunden dieser ist ganz hier scheinbar in der mitte eine emaille drin gewesen zu sein oder so ja die öse fehlt leider aber klasse sowas habe ich auch noch nie gefunden gehabt solche knöpfe und jetzt gleich ein fragment und noch einen kompletten bis hier auf eine ecke da fehlt so eine eine öse spitzenmäßig sehr hübsch hahaha schaut mal übrigens entschuldigung wenn ich viel aus der ich perspektive filme heute es ist doch ziemlich windig und sonst hättet ihr extreme windgeräusche ich versuche die das mikrofon immer so ein bisschen mit dem körper zu schützen schaut mal ein teil von einem zielgürtel feuervergoldet und ja das noch ordentlich feuervergoldung auf jeden fall vorhanden noch auf dem stück klasse ja jetzt fehlt nur noch die goldmünze und die silbermünze na schauen wir weiter klasse oh guck mal die nächste münze oberflächlich ja jetzt wird es wieder windig aber ziemlich verkrustet nächste münze klasse ha ja die nächste münze oder der nächste knopf hier hinten sieht es fast aus als wenn da mal irgendwie eine lötstelle war oder so deshalb bin ich mir da nicht sicher auch wieder stark verkrustet muss ich mal gucken ob ich sauber kriege ja ja ha sehr schön die erste musketen kugel für heute oh guck mal guck mal ich glaube das ist eine silbermünze ich meine 12 zu erkennen ja das definitiv eine silbermünze 1827 aber was kann ich jetzt auch noch nicht sagen der hammer was für ein tag leute hat er geklappt hier mit dem jubiläum auf jeden fall super ja schaut mal leute ich habe hier so ein ganz kleines ich schätze mal es wird irgendwie von einem beschlag der nietenkopf sein oder so gefunden mit der x35 spule ich laufe heute übrigens auf 16 4 kilohertz also noch nicht mal die höchste einstellung von der kilohertz zahl und trotzdem ist die spule so kleinteilempfindlich also richtig klasse wieder eine münze aber kann man auch wieder nur noch ganz schwer erkennen es ist ein bisschen umschrift da noch vorhanden in der mitte kann ich jetzt so noch gar nichts erkennen auf die frage welche seite vorne und welche hinten ist na mal gucken vielleicht geht da noch ein bisschen was aber schon wieder eine münze also das ist ja heute echt der wahnsinn auch hier ist auch schon voll muss jetzt schon die vierte reihe im coinpad anfangen aber mal gucken ob wir es noch voll kriegen jetzt schon wieder Musik Das könnte tatsächlich klappen Boah, schön Was ist denn das hier? Ach, ja, ein nach einem Pfennig Scheidemünze Aha 1700 und ich meine 70 oder 10, 90 Oh, das ist ganz schwer zu erkennen nur noch Ich glaube 1770 Nächste Münze Musik Tja, ist die 13 jetzt eine Glückszahl oder bringt sie Pech? Was meint ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare wie ihr das seht Anscheinend für mich heute die 13 eine Glückszahl bei den Münzen Oh, die nächste Münze Oh, schön Oh, schön Klasse Die ist echt noch richtig schön Ein Pfennig Von 1803 Kann das sein? Oh, ich kann es gar nicht erkennen Ich meine 1803 Wahnsinn Die nächste Münze Oh, die sieht wieder so nach Silber aus Ne Ne, ne, ne Das meine ich keine Silbermünze Das ist wieder ein Pfennig Heute kommen nicht nur unglaublich viele Münzen sondern auch unglaublich viele schöne verzehrte Knöpfe Schaut mal Wahnsinn Musik 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 Schaut mal, die nächste Münze, und das ist wieder eine Silbermünze, ein Marienkroschen von 1777, die nächste Silbermünze, das ist ja der Wahnsinn. Das ist eine Münze, was ist denn hier heute los? Kann man wieder wenig drauf erkennen, das ist schon wieder so verkrustet, aber naja, die nächste Münze. Ohne Quatsch, das kann doch langsam nicht mehr sein, ich bin jetzt einmal um die Ecke gegangen, hab die nächste Bahn angefangen. Oh, die nächste Silbermünze, schaut mal, ist die toll, 24 Eintaler, 1839. Es kann nicht wahr sein. Das gibt's ja nicht, ey, was für eine tolle Münze. Schaut mal, die ist ja fast wie, als wenn sie gerade geprägt wurde. Königreich Hannover Scheidemünze. Ich glaub es nicht, Leute, ich glaub es nicht, was für ein hammergeiler Tag heute. Hier nochmal eine Pfennig Scheidemünze, leider auch wieder ziemlich verkrustet. Aber Mensch, oh Mann ey, was ein Münzregen. Ja, Freunde, das soll's gewesen sein mit der 100. Folge mit dem Jubiläumsvideo. So schnell kann es schon wieder vorbei sein. Ein fantastischer Tag mit Münzen ohne Ende. Also, das hätte ich mir echt nicht träumen lassen. Eigentlich wollte ich die HF-Spule auch nochmal laufen. Bin ich gar nicht zugekommen, weil die X35-Spule mir ständig Signale angezeigt hat. Und ich nur am Graben war. Man muss sagen, da war natürlich auch viel Müll dabei. Das ist ja ganz normal in diesem Hobby. Aber was heute an Münzen kam, das war wirklich fantastisch. Und ich habe neben den Münzen natürlich auch noch viele andere Sachen gefunden. Knöpfe richtig schön verziert und Plompen etc. Das seht ihr gleich nochmal in der Zusammenfassung. Das habe ich euch so jetzt im Video nicht gezeigt. Es war leider so ein bisschen suboptimal mit dem Wind. Ich musste mich immer so ein bisschen vor die Kamera hin hocken, dass der Wind nicht so unbedingt mit auf die Tonspur kommt. Bitte verzeiht mir das. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch. Viele begleiten meinen Kanal ja schon sehr lange. Und sind vielleicht auch schon 100 Sondelfolgen dabei. Also herzlichen Dank. Natürlich auch Willkommen an alle neuen Abonnenten. Und ein großer Dank geht auch nochmal an meinen Ausrüster des Vertrauens. Abenteuer-Schatzuru.de Wie auch ein Reifenrad, der mich hier immer auch mit neuen Sachen versorgt. So dass ich die testen kann. Und euch da vielleicht auch Eindrücke von vermitteln kann. Ja, alles klar. Ich sage danke fürs Ansehen. Bis zur nächsten Folge. Und macht's gut. Schaut mal, es hört gar nicht mehr auf. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Auto. Finde ich hier nochmal 50 Pfennig aus der DDR. Also das ist ja wirklich unfassbar. Ich habe noch nie eine DDR-Münze gefunden. Was ist denn hier heute los? Also das kann nicht wahr sein. $2.50-D Yeah $2.50 $2.50 $4.50 $ montón Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020